Lair Witch Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil des Playthroughs von Lair Witch. Auf der bisherigen Suche nach dem vermissten Jungen mussten wir feststellen, dass Sheriff Lenning ermordet wurde und wir mit dem Traumata unserer Vergangenheit zu kämpfen haben. Macht es euch bequem und lasst uns gleich die Suche im Black Hills Forest fortsetzen. Wir sind hier im zweiten Camp im letzten Teil angekommen und nun machen wir uns auf den Weg, um herauszufinden, wo der ungestützte Grabstein ist. Der auf dem Video von dem McKinnon umgestützt worden ist, denn ich gehe stark davon aus, dass es dort weitergehen wird. Antidepressiva, auch von McKinnon vielleicht? Und wieder ein Bild, Mara. Es sind einfach so viele Menschen verschwunden, beziehungsweise der Hexe zum Opfer gefallen. Verdammt unheimlich. So, der Wald ist riesig. Okay, hier ist so ein kleiner Shortcut zurück zum Lager. Schauen wir uns in die Richtung weiter um. Links oder rechts? Hm. Ach, bleiben wir erstmal links. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Streifen wir doch einfach mal auf gut Glück durch die Gegend. Ja, der Wald sieht auch irgendwie... Es ist komisch, als ob wir in einer ganz anderen Zeitperiode gerade verstecken. Oh, was haben wir hier? 100 Uhr, dass wir im Krieg waren. Ah, das wird der... der Grabstein sein. Carl. Vielleicht den Tianergrab? So, du bist dann der umgestürzte Grabstein. Wir könnten ja mal ausprobieren, das Video zurückzuspulen an die Stelle, bevor er den Grabstein umgeworfen hat. Oh, seht ihr im Hintergrund, über der Kamera? Über dem LCD-Monitor, wie sich der Grabstein bewegt? Ja, das ist wirklich verdammt cool. Ja, lassen wir doch mal so. Grabpapa war schönes aus. Was ist das? Alle Hinweise führen uns zu diesem Sägewerk. Auf geht's, Bullet. Ich bin direkt hinter dem. So, schauen wir uns hier mal um. Sand im Wald. Müll. Wellblech. Das ist unsere Erinnerung. Schaut euch die Straßenschilder an. Es ist 100 pro der Irak, wo er gedient hat. Gekämpft trifft es wohl besser. Noch ein Dog-Tag. Alles gefallene Kameraden von uns, oder? Er ruft schon wieder an. Glückwunsch, Alice. Du hast es kapiert. Das ist alles nicht echt. Was hast du denn, mein Junge? Ist da wieder etwas, was dir nicht gefällt? Wieder so ein Hexenwerk hier. Woaah. Bringen wir das jetzt mit Bomben auf uns? Monarch, this is Foxtrot 1. We're surrounded, sir. There's at least four of them. Over. What the hell? Foxtrot 1, this is Monarch. Run to the next position. Avoid contact at all costs. Der meint uns jetzt, oder? Wir sollen zur nächsten Position rennen. Beinkontakt vermeiden. Was für Fein... Ein Laubmonster? Bullet! Komm her, Boy! Bullet, wo bist du? Oh Gott, ich hoffe, er kommt da. Da, Gott sei Dank. Und, wo warst du denn? Komm jetzt, Bullet. 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 So, jetzt nicht durcheinander kommen. Wir müssen hier rüber. Schnell jetzt. Schnell, 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 schnell. Wo müssen wir hin, Warsch? Ich folge jetzt mal Bullet. Der wird es wissen. Okay. 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 Probieren wir es. Probieren wir es. Probieren wir es. Los, schnell. Jetzt schnell. Schnell rüber. Gleich weiter. Okay. Ich denke, dass die hier nicht hoch können. Okay. Laufen wir gleich weiter. Nein! Verdammt. Oh, das war jetzt knapp. Jetzt schlagen wir da Bomben ein. Ist der Weg frei? Komm, probieren wir es einfach. Okay. Dass die Bomben auch noch überall einschlagen müssen. Komm jetzt schnell. Auf, Bullet. Ich bleibe jetzt einfach am Bullet dran. Nein. Okay, aber wir haben es geschafft. Da liegt noch was. Bart. Vollgas. Probieren wir es. Komm. Lauf. Das war jetzt ein weites Stück zu laufen. Ah Gott, da. Da. Ist noch eins da. Komm, gehen wir einfach weiter. Wollett, wo bist du? Wollett? Hier. Ach, da ist er. Palmen. Okay. Das wird immer verrückter. Schnell, 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 schnell. Oh, das war ein Fehler. Oh, ho, 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 ho. Das war knapp. Jetzt. 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 Wow, verdammt, ich muss laufen, weil die schießen auf uns. Bewege dich hier rüber. Das ist eindeutig unsere Erinnerung. Oh, verdammt. Wurden wir hier damals eingekesselt, daher die ganzen Verluste und wahrscheinlich diese Dogtags. Oh nein, Kamerad am Boden. Die sind alle tot. Kommt jetzt hier ein Mob. Was geht hier denn ab? Die sind alle tot. Waren wir der einzigste Überlebende oder? Boah, krass. Und dann haben wir anscheinend noch den Bruder von dem vermissten Jungen angeschossen. Ja, wir haben mit einigen Gewissenswissen zu kämpfen. Ach, ist das schön, dass Bullet jetzt uns so in den Arm nimmt, in die Pfoten nimmt. Wäre jetzt schön, wenn man mit der Maus die Hand hin und her bewegen könnte, so zum Streicheln. Du bist ein guter Junge. Ja, Bullet rettet uns nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ach, ist das süß. Ja, Zeit für ein bisschen Spielen muss schon sein. Wenigstens sind wir auch wieder zurück im normalen Wald. Da ist es auch nicht viel besser. Vielleicht sogar schlechter. Aber die Taschenlampe ist mal verdammt gut. Also bisher noch nicht einmal Batterie gewechselt. Ich frage mich überhaupt, wofür die Batterie in unserem Inventar ist. Vielleicht für die Kamera? So, wo sind wir jetzt? Ich hoffe auf dem Weg zum Teppi East Sägewerk. Aber die sind ja immer noch da. Da kommen wir auf keinen Fall durch. Schauen wir mal, wer hier irgendwas findet. Da hinten geht es jedenfalls weiter. Er geht eh dahin. Das ist eine Sägemühle. Aber da müssen wir durch die... Würden wir durchkommen? Oh nein. Wenn er schon erwähnt, dass wir da dieses Mal nicht durchkommen. Gut. Dann zum Camp A. Ich wollte schon ins Handy schauen. Was ich eigentlich schon längst hätte tun wollen. Ob wir ihr mitteilen können, dass ihr Mann tot ist. Keine Ahnung, ob es überhaupt funktioniert. Er sagt es ihr wirklich eiskalt. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Also, es geht um Emma. Er ist weg. Ich will nur wissen, dass er... er hat einen guten Kampf gemacht. Ich frage mich halt auch die ganze Zeit, was mit den anderen Polizisten passiert ist. Also mit denen wir über Funk in Kontakt standen, denn die müssen sich doch auch gefragt haben, wo der Sheriff ist, oder? Eine Nachricht? Sie haben eine neue Sprachnachricht, Nathan. Ähm, hier. Was kommt jetzt? Das ist jetzt so, die Frau vom Sheriff. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich hab vor einer Minute erst angerufen. Das ist aber eine nette Nachricht. Dafür, dass Siegern mit dem Tod ihres Mannes zurechtkommen muss. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich wollte noch probieren, Jazz anzurufen. Oh, es klingelt. Da können wir auch weitergehen währenddessen. Gut. Du bist ein Don Juan normaler. Oh, hey. Ich habe dich durch die Darmut, die Flüge in einem Zeitraum geholfen. Das ist wirklich nicht helfen mit deinen Rominern-Skills. Speaking of which, any progress? Jess, ich... Ich habe etwas wirklich zu tun, in diesen Wald. Okay. Wenn du mich versuchen, es funktioniert. Sorry, ich kann es nicht erklären. Ich würde es nicht wissen, woher zu starten. Wenn das so leicht wäre, hier zu verschwinden. Entschuldigung, Jess. Ich muss gehen. Ein Minenwagen. Beziehungsweise so ein, ja, so eine Lore von der Holzfäller Company. Okay, hier kommen wir anscheinend eh nicht weiter. Lass mich raten. Wir können den benutzen, um an diesen komischen Wirbelsturmmonstern vorbeizukommen. An diesen Laubentitäten. Okay, da stellen wir die Richtung ein. Gehe die nur vor und zurück. Natürlich, was hätte ich auch anderes erwartet jetzt auf Gleisen. Die Bremse und Power. Gut, das Teil läuft, glaube ich, schon wieder. Ja, es lief schon. Hier können wir Geschwindigkeit einstellen. Ach komm schon, volle Pulle, oder? Hier ist die Bremse. Ha! Und die Reise geht los. Du passt gut hier hinten auf, ja, Pullet? Schön aufpassen. Ja, als ob er mir zunimmt. Super. Gut aufpassen. Ähm, was kommt denn hier jetzt? Hier sind wir aber nicht vorbeigekommen. Oh, erstmal Bremse reinhauen. Schauen wir uns mal um hier. Wir sind in Camp A. Zur Sägemühle geradeaus. Zu Camp B geht es dort drüber. Aber anscheinend kommen wir nicht zur Sägemühle, weil hier ein Ungetümpfernd Baum auf den Gleisen liegt. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht, dass wir das nicht per Hand wegräumen können. Der geht voll ab. Können wir den... Ah, schau. Der ist doch per Seilbinder. Oh, das funktioniert anscheinend noch mit. Holz, Kohle, Feuer. Ja, der Dampfkessel. Noch ein Dogtack. Sylvester. Das ist irgendwie ein cooler Name. Ja. Diese Seilwinde wird eindeutig über diesen Druckkessel betrieben. Und wie kriegen wir denen Gang? Noch ein Foto. Sehr gerne. Locked. Verschlossen. Dann brich es doch auf. Hier ist doch eh kein Schwein. Videotape. Schauen wir mal rein. Die Maschine. Wird uns erklärt, wie es funktioniert. Das ist gut. Das ist gut. Okay. So pay attention to the pressure. You need to keep the needle in the green zone by turning this valve right here. What's your done? Put the fire out. You close the pipes. Hey, er macht gerade die Tür auf. Lassen wir es doch an der Stelle gleich. Ich finde, das ist so ein nettes System, was Bluebird Team hier eingebaut hat. Wir sind hier. Geradeaus gibt es das Sägemülle. Maintenance Shed. Da sollten wir wahrscheinlich hin. Na gut, also wir müssen links fahren. Okay. Lass mich raten. Diese Teile gehen uns ab. Ja, okay. Die Feuerkammer vielleicht nicht. Die ist ja schon da. Okay. Ich sag doch, ab zum Wartungsschuppen. Hey, wir könnten hier ein kleines Feuer legen. Genau, wir gehen uns Teile ab. Ein Ventil geht ab. Das Messgerät dann wahrscheinlich. Die zwei Teile, die wir brauchen? Sieht fast so aus. Schauen wir nochmal auf die andere Seite. Brauchen wir hier etwas? Okay, wir brauchen diese zwei Teile. Können wir nicht per Fuß weiter gehen? Ich habe das Gefühl, dass das nicht sicher ist. Okay, fahren wir weiter. Ähm, Gleise müssen wir die umstellen. Schauen wir mal, was passiert. Ah, ja, der Pfeil zeigt jetzt auch nach links. Also schätze ich, haben wir sie jetzt richtig eingestellt, um zu Camp B zu gelangen. Beziehungsweise zum Wartungsschuppen. Hüpf rauf, Bullett. Die lustige Zugfahrt geht weiter. Gut, du bist schon da. Oh Gott, wo habe ich mich jetzt erschreckt? Verdammte Scheiße. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Ich stehe zu der Licht, buddy. Ich sollte sicherer diesen Weg sein. Hier geht's zum Wartungsschuppen. Hier ist ein Generator. Wir sind überall Gegner. Verdammt. Da ist doch keiner vorbeigelaufen. Da ist doch keiner vorbeigelaufen. Bullett, wo noch? Die Musik wird wieder ruhiger. Ich denke, das waren alle. Also wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass das mehrere sind und nicht nur einer, der mal die Position wechselt. Der Wartungsschuppen steht noch. Der Wartungsschuppen steht noch. Das bedeuten die dritten Zahl. Das bedeuten die dritten Zahl. Das sind wahrscheinlich die Dienstnummer, oder? Als letzte wird die Religion sein. Also in diesem Fall jetzt protestantisch. Also in diesem Fall jetzt protestantisch. Noch ein Foto. Creepy. Sergers. Warum gibt es diese Fotos eigentlich? Ich meine, was hat die Hexe oder der Fotograf davon, die Menschen so zu fotografieren? Als Andenken. Als Andenken, wer ihre Opfer waren. Ich hoffe, das finden wir noch heraus. Genau. Wir sind jetzt hier im Wartungsschuppen. Tappy East Creek Holzunternehmen. Inventar des Wartungsschuppen. Robert bestellt noch mehr Ventile, aber wer hat das letzte für ihr Hilfsaggregat verwendet? Ja. 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 Genau. Oh, hier. Was ist das? Der Dampfmesser. Da. Das war der Druckmesser. Wo gehst denn du jetzt hin? Ach, da. Okay. Da ist der Eingang. Ja. Dann geh rein. Bring Herrchen das tolle Spielzeug. Ja, du bist ein ganz braver Junge. Wirst gleich gestreichelt dafür. Und ich bin total der Meinung, dass du endlich mal wieder ein Leckerli verdient hast. Das schon lange kann ich mir bekommen. Ja, ein guter Junge. Ja. Ja, ein guter Junge. Gehen geht es wahrscheinlich auch nicht. Okay, die Geräusche. Ohne Scheiß, wenn ihr mich grad sehen könntet. Ich schau mich hier gerade in meinem Zockerraum um. Ob das jetzt nicht gerade in echt war? Oh, krass. Ihr wisst ja, unbedingt Kopfhörer tragen, ja? Ich hoffe, ihr habt die auf. Schon allein für dieses Sounddesign, dieses Grandiose. Okay, ich denke, wir können weiterfahren. Bolet hat Ja gesagt. Boah, die Geräuschkulisse ist irre. Wirklich. So, wo sind wir jetzt? Camp B geht es hier rüber. Okay. Stopp, stopp, stopp. Ich dachte eigentlich, er fährt geradeaus weiter. Deswegen habe ich gebremst. Aber das war jetzt nicht schlecht. Denn... Sonst wären wir hier in die Holzstämme reingeknallt. Lass mich raten, hier sind auch wieder diese verdammten Waldmonster, was auch immer. Und hier ist auch der Generator. Ja, sind welche da? Sehen wir gleich. Ja, natürlich. Erstmal beim Licht bleiben. Da habe ich wenigstens doppelten Schutt. Und noch einer. Genau, zwei waren das gleich. Und vorher. Uh, der war nah dran. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Noch einer hier? Nein, es ist wieder ruhiger. Und durchatmen. Die Geräusche sind so krass. Oh nein, das ist nicht gut. Natürlich muss das Licht jetzt ausfallen. Na... Ah, durchgebrannt. Fuses. Go figure. It won't work. The fuse is missing. Ouch! Ups. Worst case scenario? We go in blind. Gibt es hier nicht irgendwo eine Sicherung oder so? Wir haben auch keine dabei, oder? Nein. Wir haben keine Sicherung dabei. Naja, er sagte ja gerade im Worst-Case-Szenario. Gehen wir eben blind weiter. Aber wofür gibt es dann die Möglichkeit hier die rauszuschrauben? Lassen wir Bullett mal schnell suchen. Bullett? Wo bist du denn da? Bullett! Sieg! Komm, bring Papa eine Sicherung. Hat der wirklich was? Er hat wirklich was. Die Sicherung! Ach, du bist Bumbe-Bullett. Also in real life würde ich diesen Hund auch sofort adoptieren. Sofort. Oh, schaut euch mal das Bild oben rechts an, was da angeheftet ist. Ist doch ein toter Hund, oder? Psychologisches Gutachten. Unlesbar. Das sind die Besten. Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Der Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle drei therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerungen an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplant, offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genauer diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Es trifft auf uns und den Meckinnen zu. Jetzt tun wir mal die Sicherung austauschen, dass wir Licht haben. Okay, verdammt, ich dachte, oben wäre schon ausgeschalten. Ja, naja, ich hätte darauf kommen können, dass die Funken gesprüht haben. So, wir haben wieder Licht. Jetzt sehen wir auch, wo wir hingehen. Super. Ja, das macht es auf jeden Fall einfacher, sich jetzt hier durchzunavigieren auf diesem Baumstammfriedhof. Kommen wir hier hoch irgendwie? Ja, da, schau her. Jetzt können wir hier drüber marschieren. Was ist das denn jetzt wieder für ein altes Teil hier? Das sieht doch kaputt aus, oder? Nein, das scheint noch zu funktionieren. Dann haben wir ja jetzt alle Teile. Noch ein Foto. Check. Gut, dann gehen wir zurück. Schnell. Los geht's! Gut, wir müssen das Teil erstmal ein bisschen zurücksetzen. So ungefähr. Genau, Gleis anstellen. Geht das hier überhaupt? Ja. Ich frage mich, ob wir nicht auch einfach nur den ganzen Weg zurückfahren können. Aber ehrlich gesagt will ich herausfinden, wo es denn dahin geht. Und hoch mit dir, Bullet. Und Vollgas. Bremse lösen. Und willkommen zur verrückten Zugfahrt. Ihr Begleiter, Alice und Bullet. Für Ihre Sicherheit ist nicht gesorgt. Bitte halten Sie alle Gliedmaßen während der Fahrt in dem Fahrzeug. Für eventuellen Kopfverlust können wir nicht garantieren. Stopp. 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 Kleines bisschen noch mal zurück. Wir müssen ja erst mal das Ding da wegräumen. Das ist unser Stopp, buddy. Das Rad. Dampfanzeige. Jetzt brauchen wir Feuer. Ah. Kamera vielleicht. Die Maschine. Schauen wir uns das noch mal an. Da war der Ofen jedenfalls an. Hier. So vielleicht. Ja. Und dann sollte er eigentlich gleich das Ziehen anfangen, oder? Ja. Ja. Er legt los. Okay. Jetzt müssen wir nur in dem grünen Bereich bleiben. Es gibt leider keinen optimalen Punkt, an dem der Zeiger stehen bleibt. Also man muss immer so ein bisschen hin und her drehen. Ja, ich glaube, wir haben es gleich, oder? Ja. Er ist fertig. Und der Weg ist klar. Hopp on, buddy. Back on track. Now let's find that bastard. Also. Geißen umstellen. Und jetzt aber Vollgas zu McKinnon. Auf geht's, buddy. Du wirst drinnen. Gut. Und volle Fahrt voraus. McKinnon, Alice und sein Hund, die kommen und machen dich rund. Das war richtig schlecht getextet. Also Rapper werde ich ganz sicher keiner. Du hältst wieder nach hinten Wache, ja? Sehr gut. Der Wald wird wieder ein kleines bisschen lichter. Ja. Schauen wir mal, wo uns das Teil hinbringt. Sägemüller. Wir sind wieder hier, wo wir angefangen haben. Ja, und hier sind die Teile. Aber jetzt kommen wir an euch vorbei. Haha. Bleibt bloß weg, du. Bleibt bloß weg. Ich mag's ja auch nicht, ja. Überhaupt nicht. Was war das denn jetzt? Komm schon, gib Gas jetzt. Wir rammen uns. Haut ab, haut ab. Verdammten Missteile. Ist das eine riesige Brücke? Oh, ich liebe Holzböckchen. Na super. Komm, komm. Gib Gas. Oh, wir haben's echt geschafft. Ich hoffe, wir sind gleich da. Looks like this is our stuff. Hier ist Endstation. Vielen Dank, dass Sie mit Tappy East Creek Timber Company gefahren sind. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Fahrt und wünschen Ihnen weiteres Vergnügen bei der Erforschung dieses verdammt gruseligen Waldes. Und wir kriegen gleich irgendwie einen Anruf von Jess. Alice, hey. You okay? Sound out of breath. Hey, uh, no. It's, it's nothing. And, uh, everything. Okay, I know I'm not making any sense right now, but, uh, that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see these things, and I don't even know if they're real or not. I, I, I don't know which is worse. Calm down, Alice. Talk to me. What are you seeing? It's, uh, hard to explain. Um, memories. Uh, bad memories. Listen to me, Alice. You, you've been through a lot. More than anyone I know, but you survived. Because you're strong. And you will get through this. I know you will. You know, I know you won't turn your back, so I won't ask you again, just... Once this is over, call me if you want to ride home. Thanks, Jess. For everything. Danke für deinen Anruf, Jess. Nur leider stecke ich hier gerade mitten in... Vorbereitungen, den McKinnon in Shale einzuschlagen, wenn ich ihn sehe. Daher kann ich gerade leider nicht mit dir sprechen. Will uns hier jemand umbringen? War das eine Falle? Ja, ich denke, wir sind angekommen. Ja, ich... Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Mach langsam, Pulle. Steht da jemand? Das war er. Okay. Aber bevor wir uns dem McKinnon stellen, möchte ich an dieser Stelle gerne den nächsten Cut machen. Ja, ihr habt jetzt wahrscheinlich damit gerechnet. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unsere bisherige Reise. und es würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder ein Abo oder einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn schon nicht für mich, dann für den lieben Bullet. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im vierten Teil von The Blair Witch. Bis zum nächsten Mal. Eure Scare Archives. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.